Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute machen wir das 11. Törchen auf dem Nivea Adventskalender. Das 11 ist... Da hier oben... Mal schauen, was drinnen ist. Ähm... Ich lege es fast nicht raus, aber jedes Mal, neben dem Kohlenkalender. Das ist immer so ein Zeug. Scheisse... So, jetzt habe ich es... Ich hoffe, ich habe zwei Jahre... So eine... Ein bisschen... Es ist irgendwie so verankert. Ich bringe es überhaupt nicht wieder. Ich muss es hier hochdrücken. Vielleicht fällt es da. So, jetzt habe ich es rausgebracht. Ähm... Es ist so eine Anti-Falte-Creme. Von Ivea. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like. Lägt unbedingt das Gratis-Abo da. Ich freue mich für jeden neuen Abonnenten, den ich bekomme. In den letzten Tag komme ich mega viel. Also habe ich wieder ein paar neue gewonnen. Merci für die, die neu auf meinem Kanal sind. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und viel verpasst und viel vergnügen. Ähm... Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Damit ihr immer benachrichtigt werdet. Wenn ihr ein neues... Wenn ein neues Video online kommt, schreibt es unten in die Kommentare. Ähm... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis heute Abend. Und empfehle meinen Kanal euren Freunden. Euren Kollegen. Eurer Familie. Und euren Bekannten. Weitere euch alle mega fest gerne da aussen. Tschüss, ciao.